wunderschönen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu meinem neuen video wie ihr merkt das problem ist noch nicht behoben mit der kamera ich dachte mich drehe heute einen vlog heute wird ein spannender tag vermutlich wir werden heute einiges machen und einiges tun und da dachte ich mir oh ich habe meine haare noch nicht gemacht ich komme gerade aus der dusche okay wer näher an das gelbe da kommt du bist jetzt ganz vorn ja okay ich habe irgendwie gerade genauso und so ein lichtflick hat ja kein bock auf meinen mein face julian gerade hier so stehen es wird nämlich haltet euch bitte fest natürlich wieder der eine der andere hat vielleicht schon mit und warte scheiße nein der eine der andere hat vielleicht schon mitbekommen aber es gibt ab heute also ab heute offiziell überall yummy lemon das ist das haben wir echt super angekündigt also wir sind richtige profis also als dusche und natürlich als bodyspray denn leute auch wenn ihr das vielleicht noch nicht mitbekommen habt der frühling naht der frühling naht und ja bitte mach mich voll damit also wenn ihr bock auf eine erfrischung hat ich habe schon so viel feedback zu diesen produkten gelesen instagram youtube überall und jeder feiert diesen zitronenduft ja weil der so ein bisschen anders ist wir haben ja sehr sehr viele süße düfte und der riecht halt so ein bisschen sauer erfrischend und ist vielleicht auch so ein bisschen neutraler und ist eine geile nummer ist eine arschgeile nummer kann ich euch echt empfehlen checkt das mal aus bei euch in der nähe ihr wisst es ja ich schreibe euch in die beschreibung wo es das überall gibt deutschland schweiz österreich ist ja ja alle handelspartner stehen unten nochmal in der infobox aber aber erinnert euch wahrscheinlich noch an cherry blossom und splashy melon unser erster melonen duft und diese beiden sorten sind weg und nicht nur ganz normal genau es gibt jetzt es gibt jetzt so ein pack ich nenne es einfach mal maxi pack es sind zwei produkte drin der duschaum ist zurück und zusätzlich gibt was fällt denn da jetzt runter bianca jetzt geht die kamera wieder aus wir machen das so toll julian und zusätzlich das gab es noch nie gibt es jetzt von cherry blossom auch passend dazu das body spray und ich weiß noch als cherry blossom aus markt genommen wurde ihr seid so ausgerastet weil das war einer der absolut beliebtesten dürfte ich glaube es ist sogar mit der aller aller beliebt ist der war so schnell weg gewesen es war ja eine limited edition damals und jetzt ist er wieder da und ich freue mich so weil ich den duft auch so sehr liebe und sogar jetzt als body spray und das gleiche gibt es natürlich auch von splashy melon genau eigentlich der derselbe hase war eine unfassbar beliebte marke das produkt war irgendwann weg und wir dachten uns wir merken das ja mal in eurem feedback oh nein wir wollen die marke zurück und dann nicht die marke die marke die marke ist noch da nicht dass hier gerüchte auftreten hier splashy melon splashy melon ist wieder back in diesem boxy pack und dazu natürlich auch das body spray das coole an diesen boxen ist dass die günstiger sind als würdet ihr die beiden produkte einzeln kaufen und das finde ich das ist eine supergeile nummer checkt das auf jeden fall mal ab und ihr habt dann die coole verpackung die gibt es ja auch nicht einfach und check check unbedingt mal diesen duft von jami lemon ab bin ich übertrieben von überzeugt so so gefällt mir das ja deine mülze jetzt riecht der kollege wenigstens gut so wunderbar alter also es ist so ab hier mit bilou max mal ausprobieren ob da was rauskommt ja vielleicht der erste knack der erste knack der erste der erste schön nein 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 ihr habt mich heute hier nur auf halbmast die kamera sagt sich auf jeden fall nö gar keinen bock auf den typen und soll ich euch jetzt mal ein geheimnis verraten ich habe hier schon sehr lange zeit hier hinter den ganzen vanille cake pops ein lemon versteckt haben ja regelmäßig damit die hände gewaschen niemand hat es entdeckt ich setze mich jetzt einfach mal frech auf dem boden und sagt bianca macht mir bitte meine haare was sagt ihr so mittlerweile ist bibis video so weit abgedreht da sitzt sie hat richtig richtig terror gemacht neben ihrem video unter anderem verlust sie übrigens eine canon ein ipad und eine apple watch das kann eine einzige person gewinnen also schalte mein video vorbei schreibt einfach kommentar ist auf jeden fall sehr informativ dieses video müsst ihr euch unbedingt reinziehen es gibt eine sehr 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 krasse info kannst du die aufschneiden dann kann ich immer wieder wow wow habt ihr das gesehen hast du es echt geschnappt scheiße ne ist runtergefallen ach so ja ist runtergefallen und hat sich wieder meine hand gebeamt ich habe eine richtig geile idee gehabt okay deine idee kannst du dir sonst wo hinschieben außer du sagst du lernst kein arsch du lernst kein arsch wir haben doch schon öfter jetzt blind auf amazon bestellen gedreht ne ich dachte mir wir können doch auch mal blind essen bestellen das wäre geil oder dann gehe ich auch jetzt oder was ja ich habe voll hunger du nicht dann kann ich dir nämlich auf dem laptop so eine seite öffnen wo du dann einfach blind den liefer service auswählen musst und dann öffnet sich ja automatisch meistens die speisekarte und dann musst du wahllos blind irgendwas anklicken und du darfst erst erfahren was du bestellt hast wenn das essen da ist hallo das ist voll aufregend mega das heißt mache ich jetzt mache ich jetzt mache ich ich habe mega hunger ja ist doch geil ich gehe jetzt mal auf eine seite oh nein aber ich habe schon voll die vorstellung was ich essen will du kannst auch gerne mit drauf du musst immer so übertreiben mit deinen Schreiben so legen wir die Zitronen nach vorne hin in meinem video gibt es auf jeden fall immer die verstörendsten Aufnahmen oder soll ich den Bildschirm dafür abfilmen sei bitte vorsichtig na Bock auf yummy lemon hab ich die Werbung gut verpackt war eher eine ähnliche Qualität wie der Werbespot ne ja also Leute ich zeig euch das nein darfst du nicht zeigen ne hier sind einfach so verschiedene ähm äh 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 Lieferservice ja Essens Menschen du musst die Augen du soll ich dir die Augen verwinden du musst mir auch aussuchen wo ich ja klar stopp noch nicht außer drunter gehen dann bestell ich ja nachher ich weiß nicht mehr ob ich chinesisch oder italienisch oder ob ich du weißt gar nichts wir sind ja praktisch jetzt voll wieder in so einem Challenge Ding drin ja warte nimm mal die Kamera ich hole mal einen Schall aber ich such dein Essen auch aus ne du kannst nicht hier so mh ich will aber die Frühlingsrollen isst nicht das heißt wie viele Sachen sollst du anklicken oh ich hätte gern so vor ich habe großen Hunger also Vorspeise Hauptspeise ich klicke drei Sachen an drei Sachen pro Person oh Gott Finger aufs Touchpad und jetzt kannst du runter scrollen und irgendwann drücken ach du scheiße kann ich klicken ja du kannst klicken klick oh geil ja mann was habe ich gemacht du was was nicht sagen aber ich weiß nicht wie die Seite aussieht ja du das sind jetzt schon ne Gerichte du kannst jetzt runter da sind jetzt schon Gerichte ich will ne ein Schokokuchen ne Julian du musst jetzt scrollen ach Janka scroll jetzt ist es so lustig ey gib bitte mal einen Daumen nach oben wenn wir da vielleicht weißt du was Janka was denn wir könnten das so einen ganzen Tag machen man kann auch blind in der Stadt in einem Laden irgendwas kaufen ok man kann dieses Thema auf jeden Fall noch sehr aus muss mich essen kaufen so jetzt kannst du runter scrollen wieder und irgendwann drücken oh nicht so weit bist du verrückt ich will doch da ne warte ich wähle jetzt hier aus nein ich will selber auswählen ja aber du musst auf einen kleinen Knopf ich will aber knicken oh Gott du bist komplett dann sag warm warm kalt ab links ab links hab ich oh fuck jetzt hast du es schon dreimal reingepackt wie jetzt habe ich es dreimal reingepackt ok warte dann habe ich nicht doch doch ich habe gerade null peil wie diese Seite aufgebaut ist du bist jetzt immer auf dem bestellen Knopf und links sind die Infos flutscht dir alles gerade hoch und runter so oin 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 das will ich dir bestellen hier das da jetzt halt du hast nicht geklickt du musst noch Sachen auswählen drück jetzt nochmal wahllos hin und ja ok finde ich super ich kaufe ich kaufe weiter ein sag mir wie ich was gekauft habe also warte ja oh ne oh nein du hast schon wieder was eingeteilt oh nein ja du hast schon wieder was gekauft ach Juli du kaufst ziemlich schnell ich will kaufen jetzt links 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 ja oh nein du hast es hinzugefügt jetzt hast du schon sieben Sachen im Einkaufs ach du liebes bisschen stopp es sind jetzt plötzlich neun Sachen im Einkaufswagen und du hast schon 66,70€ was stopp das reicht jetzt ok warte wir haben jetzt neun neun Sachen im Einkaufswagen willst du dich verarschen ok pass auf dann tu dann tu alles was doppelt ist drauf dann tu drei doppelte Sachen weg ok ich guck mal hab ich doppelte Sachen ja 66€ mein gott da hätte ich ja richtig fein irgendwo für essen können ach du scheiße eine Sache hast du sogar dreimal ausgewählt so warte jetzt habe ich alles was du gewählt hast du hast jetzt 1,2,3,4,5,6 einzelne Sachen ausgewählt und du bist auf 46,60€ sagst du mir was oder sagst du mir was sagst du mir was wir müssen Leute zum Essen einladen ja wenn wir das nicht mögen bringen wir dem Sam das einfach nachher sind wir mal gespannt und in der nächsten Szene werde ich vermutlich die Tür aufmachen und Essen entgegen nehmen hallo 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 danke habenburger cool dann hast du ein bisschen viel Hummer heute ne 46,60€ bitteschön danke tschüss tadaaa da ist es ein ein was ein Pommesburger So, ich habe jetzt diesen einen Hamburger schon reingeguckt. Crispy Burger. Was ist das? Crispy Burger. Das ist auch nochmal ein Burger mit Pommes. Übertrieben lecker sieht der aus. Was ist denn hier drin? Nochmal ein Burger. Noch ein Burger. Was ist denn da alles drin? Okay, den lege ich erstmal beiseite. Hier ist der Chili Burger. Ach ja, den haben wir eben auch kurz aufgenommen. Wenn der Sam krank ist, dann bringen wir es ihm halt vorbei. Leute, da steht nur Big drauf. Okay, warte. Ja, okay, so Big ist der auch. Boah, den ist er. Alter, ich gönne mir jetzt den Big Burger. Okay, was ist hier drin? Das ist gerade wie Weihnachten. Wieso darfst du in meine Geschenke reiten? Du weißt doch eh, was drin ist. Nee, meinst du, das habe ich mir gemerkt. Boah, das sieht aber sau lecker aus. Ich will es jetzt nicht auspacken, damit es nicht kalte. Aber da ist ein Baguette drin. Ach, fünf Burger, ein Baguette und Pommes. Okay, Leute. Mal sehen, wie viel wir es schaffen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. 6,5 Stunden später. Leute, ich bin vollkommen an meinem Ende angelangt. Ich kann nicht mehr. Ich zähle jetzt mal auf, was wir gegessen haben. Ich habe diesen Big Burger gegessen. Ich habe den kleinen Burger gegessen. Und Bibi hat einen Burger gegessen. Und jeder hat seine Portionen Pommes auch gegessen. Und wir haben hier die Hälfte von dem Baguette. Ja, dritte Hälfte. Hälfte ungefähr von dem Baguette. Das ist schon krank, was wir gegessen haben. Und jetzt werden wir dem Sam auf jeden Fall 2 Burger. Einmal Pommes und einmal ein halbes Baguette werden wir den Sam jetzt vorbeibringen. Ja. Weißt du was? Diesen Burger hätte ich mir niemals im Leben bestellt. Und der hatte irgendwie so eine süß-saure Soße. Richtig lecker. Übertrieben lecker. Bianca, den würde ich mir sogar nochmal bestellen. Den einen hier, den fand ich nicht so geil. Crispy. Crispy habe ich aber trotzdem weggedrückt. Also, ich hoffe es hat euch gefallen. Gerne Daumen nach oben dafür. Ich bin erzürnt. Nein! Nein, 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 nein! Bianca! Morgen. Heute. Morgen ist der erste März. Es fällt alles runter. Ich habe keinen Bock auf Weihnachtsbaum. Echt nicht. Vorsicht! Vielleicht ist schon der Osterbaum. Bianca! Vorsicht! Oh, eine Kugel. Bianca! Ich hasse diese Klappe hier! Ich schneide die gleich ab! Aha! Aha! Was hast du gemacht? Keine Ahnung, ich glaube ich habe es kaputt gemacht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, was du passiert hast. Ich kriege einen absoluten Ausraster, weißt du das? Wann sind wir verabreden mit den beiden? Ähm, in 20 Minuten und wir brauchen 20 Minuten. Sollen wir dann nicht langsam losfahren? Ja. Ja, du bist ein Arschloch. So, wir sind in der Sekunde zu Hause angekommen. Und der schlaue Julian hat die ganze Zeit nichts gefilmt, als wir weg waren. Ja, wir haben Maren und Tobi jetzt 2-3 Monate nicht mehr gesehen und irgendwie haben wir so viel geredet und haben voll vergessen zu filmen. Schaltet unbedingt jetzt bei der Bibi vorbei, die hat ein sehr sehr krasses Video und erzählt euch eine sehr krasse Neuigkeit, muss ich sagen. Wir sind in der Sekunde, beziehungsweise vor 30 Minuten haben wir den ersten dritten. Und heute ist unser Jahrestag und wir sind neun Jahre zusammen und das ist schon eine ganze Menge. Klar ist jetzt im Grunde genommen ja nur ein Tag. Aber irgendwie ist das schon ein cooles Gefühl, so lange zusammen zu sein. Und ja, naja, naja, naja. Auch wenn wir uns immer ärgern. Wir haben uns doch schon sehr gern. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Schaltet jetzt bei der hier ein und macht da bei der Verlosung mit. Da kann eine Person eine Kamera, ein iPad und eine iWatch. Ja. Heißt das iWatch? Apple Watch gewinnen. Apple Watch. Also jetzt reinschalten. Bis zum nächsten Mal, machts gut, Daumen nach oben. Tschüss.